Zunächst das Lied in Gebärdensprache. Ich möchte, das heißt Wunsch haben oder wünschen, reden, unter dem Mund angesetzt, und hören, das sind drei Finger, zum Ohr hin, wie, so wie, gleich wie, wie du. Denn du hörst mir zu und deine Worte, das Wort kommt hier raus, Worte heilen mein Herz, dreht man grammatikalisch um, Herz heilen. Noch einmal, ich möchte reden, ich möchte reden und hören, gleich wie du, denn du hörst mir zu und deine Worte heilen mein Herz, eigentlich Herz heilen. Okay? du hörst mir von demening. die Worte heilen. Und du hörst mir habe entfernt,